Ich muss links rum. Nächste kreuzung dann wieder links und dann ist es egal wo du fährst. MAUMAU Was? Der Stadtteil oder das Gebiet hier heißt MAUMAU. Das ist bei mir ein bisschen später aufgeploppt. Wo willst du hin? Hier stehen bleiben? Ja hier so in der Stadt müssen schauen. Komm mal halt mal an. Ich darf einfach mal die übrige Roboter gucken. Hier ist ja nichts gelockt. Ähm Wagen locken. Der Wagen gelockt. Ich hab gar keinen Platz mehr. Guck mal ob hier oben in der Ruine irgendwas drin liegt. Okay. Okay. Meine Zeit. Okay, für alle. Okay. Okay, also, we're going to find out. Okay. Okay, okay. Nein, nein, schade. Mir hat keiner Bescheid gesagt. Was denn? Nein, mein Bruder hat mich gerade gefragt, ob ich keine Hunger hatte. Was? Doch, jetzt habe ich es auch gesehen. Gesundheit. Oh, hier schwimmen wir durch Fische. Ausland. Ach ja, diese schönen Armourbox. Huh? Auch Po Da hoff bei dir ach, ich was da da fassen Da kommt ein Jumper Noch ein Jumper Wo ist er denn? Hier Die Schrot ist gar nicht so schlecht, wa? Ja, die ist echt nicht schlecht Da haben wir eine Da ist einer Ach, scheiße, ich muss nachladen Das ist ein Schalldämpfer Ich wäre auch dafür, wenn man uns einstellt, dass Zombies nur bei der Nacht kommen Das ist ein Schalldämpfer Das ist ein Schalldämpfer Das ist ein Schalldämpfer Das ist ein Schalldämpfer wir haben musste man immer tauschen leer machen damit ich was reinpacken kann das ist ja gut kannst du allmöglichen scheiß machen Kannst du über die ganze Fahrzeuge reparieren? Oh, noch eine Strip. Wie eine Schrotze. Aber es gibt einfach mal Pellets für die Schrotze. Und, äh, Slots oder so heißen die. Pellets und Slug. Aber es ist beides und wieder Zilge. Aber was geht hier mit den Zombies, ne? Ich dachte, das wär schlimmer. Oh, die sind ja nicht ganz so aufdringlich. Okay, der hatte nix. Ach, geh hoch. Was ist die Schrotze? Was ist die Schrotze? Was ist die Schrotze? Wie ist die Schrotze? Was ich jetzt nicht unbedingt haben muss, ist dieses, was er gesagt hat, mit diesen... ...50 Zombies, die da auf einmal kommen. Ne, die möchte ich auch nicht haben. Ne, die möchte ich auch nicht haben. Hier läuft schon wieder, wo einer kommt? Naja, der ist aber weit weg. Oder zumindest sollte sie sich das sagen. Da hinten. Oh, der hat Flush Water. Von dem Zombies nehme ich natürlich immer frisches Wasser. Ja! Warst du hier in den Häusern schon? Äh, ne, ich war eben gerade in diesem eigenen höheren Haus da drin. Achso. Weil hier ist... Ne, scheint nicht zu sein. Ich komm mit nem Wagen vor. Ja. Ich komm mit nem Wagen vor. Hallo. Ich komm mit. Ich komm mit. Du bist viel mit mir, oder? Ich komm mit. ... Ich komm mit. ... ... ... ... Vielen Dank. Oh, ich holt hier einer rum. Das ist eine komische Holzkiste in den Häusern. Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Bestimmt auch nur Dekorationszwecke oder so. Wäre halt schade, also wäre schön, wäre cool, wenn die so aufbauen könnte. Chocolate milk. Oh. 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 ich hab jetzt auch ein voll ghillie so wenn du für deine schrot Waffen äh äh Munition brauchst 5 Magazinen also noch brauch ichs nicht was ist denn der Schovel was war das Alter was war das bist du auch tot ja ne 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 noch nicht ach scheiße und das Auto ist noch auf war das ein Spieler weiß ich nicht alter scheiß drauf auf einmal boom als wenn einer was hingelegt hat ach 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 mag getötet haben. Ja, ich überlege gerade, wo ich am besten spawnen, um zu dir zu kommen. Das ist ja auch der nur in Ostrava und dann muss ich halt so die runterlaufen. Wie gesagt, ich bin in so ein Haus rein und auf einmal hat es geknallt und ich war tot. Als wenn irgendwie eine Mine lag oder so. 1,3 Kilometer bin ich weg von dir. Ich habe mich aber auch ein bisschen erschrocken. Als wenn was ich mich erschrocken habe. Das war krass. Das war krass. Vielen Dank.